Also, die müssen, deswegen sind auch so viele Schienen noch, in die Lore oder auf die Lore drankommen und dann setzen die sich in die Lore automatisch rein. Und wenn du jetzt da unten irgendwo guckst, dann musst du da eigentlich eine Lore mit einem Schaf drin rumblöken. Marcel, bitte ein bisschen Gould. Oder kann ich mir das auf der Kiste nehmen? Hast du aus der Kiste hier nur sind zwei in der rechten Kiste und in der rechten Liste? Ja, ich guck hier erstmal so, also ne Pferderiss, oh nein, okay, Spaß. Oh, zwei, ja, das hilft weiter. Ja, und im Ofen hab ich auch noch. Oh, sehr gut. Kann ich das komplett haben? Ja. Dann kann ich davon nämlich unsere Wahn erweitern. Oh, du hast einen Melonkern, das ist cool. Ja, ich hab's. Darf ich mir davon auch eins nennen? Natürlich. Natürlich. So, ich komm dann nachher noch mal wieder. Warte. Crafting Table. Oh, jo, Alter. Oh, ich brauch... Silas, hast du Kohle? Ähm, nee. Warte, mach ich erst mal bei Janus gucken. Man ist halt Kohle. Meine Boy. Meine Boy, meine Boy, what you gonna do? Oh, aber Janus, what you gonna do when I come for you? Ey, was wär, wär das eigentlich schlimm, wenn ich jetzt hier einmal so ein Glasteil kaputtmache? Ja. Was so Glasteil? Bad Boys, Bad Boys. Es regnet schon wieder, es regnet schon wieder. Obwohl da nicht mal Wolken sind. Scheinlich, dass du zu wenig Ränder ist, um die Wolken zu sehen. Nö, ich hab Wolken an. Machst du da schon wieder aus? Ich crafte, darf ich das? Ja. Aber da klar sind, da sind Wolken, aber sind nicht überall Wolken. Also, wo weiß ich, was ich meine? Nö, aber gut. Oha, ist in Ordnung. So, jetzt hab ich 24 Leitern, das ist nett. Äh, 24 Schienen, das ist cool. Leiter, wir machen nochmal Leiter. Warte, ich brauche Leiter, ey. Ah, scheiß, ich hab Leiter, warte mal, ich hab Leiter. Komm mir mit, kann ich Ihnen Leiter geben. Ja, das ist zu spät. Das wären aber voll viele gewesen. Das wäre schön. Ich bin George of the Beast. Geh auch, Geh auch, Geh auch, Geh auch. Oder, 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 oder. Oder, 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 oder. Oh, Montana Black, Props. Bestes mal. Props an dich, ja, ich finde dich total cool, muss ich einfach mal sagen. Ich hab schon mal mit dem besprochen. Ich hab letztens mit Klaas besprochen. Ja. Von Joko Klaas. Mit Klaas von Joko Klaas. Aha. Und wie das? Bekannter von meiner Oma. Der, meine Oma hat dem damals das Tauchen in Griechenland beigebracht. Läuft bei deiner Oma. Läuft bei meiner Oma richtig. Rennt schon fast. Oh, scheiße, Alter. Haben wir DDR oder was? Was bringst du so alte Witze, Alter? Oh, jo, Alter, jetzt geht's richtig ab hier. Die roten Schienen machen einfach das Ding, ey. Ich dachte, wir können Gas geben, wie soll ich mal kurz gucken, ob das so reicht. Oh, scheiße, Alter. Was habt ihr gemacht? Was ist denn schon wieder, Alter? Ja, äh, ich bin gerade runtergefallen. Als ob, du Wichser. Ihr habt euch irgendwas geschrieben, Alter. Nö. Nö. Ja, weil du das auch so gut verheimlichen kannst, ne? Wenn du über irgendwas lachst, was irgendein anderer geschrieben hat, ne? Alter, du hast das Lästern verheimlichen richtig drauf, ey. Was heißt denn hier Lästern? Ja, was heißt denn hier Lästern, Mama? Ich hab nicht gelästert. Ne, jemand anders und du lass drüber, war? Lacht der sich kaputt hier, ey? Ich glaub's nicht. Ja, was macht ihr? Scheiße. Hahahaha Hahahaha Ohje Shit, Alter wichtig genau dann habe ich keinen Stein mehr ich hoffe ich hab noch was ja UR Masinemar Achtung Monster sind wieder an Achtung Durchsage ja das ist nicht gut Oh ich höre eine Spinn das ist gut Puzzle Spinn in Puzzle Spinn Was ist denn alter Häh? Häh? Achtung kann man immer benutzen Was denn? Ich weiß gar nicht mehr wie der geht Wie war es nichts oder seins? Was soll sein? Ja geil Wenn mir läuft bei dir fliegt Pilzer Ich werde jetzt mit der Pilzbefruchtung Ich brauche glas Ich brauche ganz viel glas und danach brauche ich glas Alter du solltest echt Rapper werden So tolle Reime wie du die wie du hier zusammen sprichst ey krassisch sammlich und dann auch noch so aus dem Nähkästchen geplaudert ey ich glaub's nicht ich höre die beste deutsche MC der Welt Ich bin der beste deutsche MC der Welt Achso Okay Wir wissen bescheid Marcel Alles wird gut Der beste deutsche MC der Welt Ja Ja Das sieht aus Kannst mal sehen Du bist du nicht Du bist nicht der beste deutsche MC der Welt Ja Ich bin der beste deutsche MC der Welt Machst du immer Was machst du da? Schüttest du Sand auf? Ne Ich brauche ganz viel glas Ne Das halte ich für ein Gerücht Hä Warum war es da an dem Satz falsch? Hä Gar nichts ist an dem Satz falsch Also Hä Was Ich werde der beste deutsche MC der Welt Ja Ich werde der beste deutsche MC der Welt Nicht der beste afrikanische MC der Welt Alter bist du irgendwie dämlich Was denn? Verstehst du es nicht? Ne Oh Gott alter So ein Behinderter ey Hast du es wirklich Verstehst du es immer noch nicht? Doch Ja Ja Er hat keine Ahnung ey Junge Du kannst nicht der beste Du kannst nur der beste MC der Welt Oder der beste MC Deutschlands Aber doch nicht der beste deutsche MC der Welt sein Ja warum nicht? Achso doch klar kannst du das werden Ja wir sind ja eigentlich voll dumm Ja Niklas warum lachen wir ihn eigentlich aus wir sind voll dumm Ich bin der beste deutsche MC der Welt Ja ja verstanden 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 Ja warum Ich bin der beste deutsche MC auf der Welt Ja so nett war Ja 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 Wie darfst du das erst mal sack Ja Ja Oh ja der jetzt habe ich den Trank des Lebens geformt ey Ja Ja Ey, wenn ihr Spinnenaugen habt, ne, den gebt mir die mal. So, ich hab nen Trank angefertigt, ne? Möchte irgendeiner nen Trank haben, Geilen? Hä, was schreibt ihr euch die ganze Zeit? Jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Unnötig. Was schreibt ihr denn? Oder was? Macht ihr bei Facebook irgendwas oder was? Nee. Alter. Ehrlich? Ja. So ähnlich, ne? So, ich geh jetzt in den Unterwassertempel. Kein Bock mehr auf euch. Der Unterwassertempel. Hab ich komplett geflutet, den Scheiß-Tempel. Den hast du komplett geflutet? Du alleine. Junge. Alter. Ich merk einfach nicht, wie ein Creeper in mein Haus geht. Bam. Und ich hab grad'n Monster ausgemacht, ne? Seite weggesprengt, Alter. Schützell am Boden. Läuft bei mir. Scheiße. Steck'n Monster aus, Alter. Creeper facken halt ab. Ich hab' Monster jetzt schon ausgemacht, du Trottel. Alter, wie bist du auch echt die hellste Birne? Ich hab' die... Oh Gott, ey. Marcel, kannst du bitte hingehen und ihn einmal einfach eine schallern, ey? Was? Dein Textniveau ist noch flacher als Tempel. LOL, wir haben zwei Wassertempel. Ist ja cool. Ich habe gerade zwei. Wir haben zwei. Ist ja cool. Weißt du, wie selten die sind, ja, Niklas? Keine Ahnung. Guck mich nicht. Was ist die zu eigentlich von mir? Ich weiß jetzt, was ich machen kann. Sehr geil, sehr, sehr geil. Was ist das? Schön. Boah, jo, Alter, der Regen fuckt einfach mega ab, ey. Ist ja herrlich. Was wollt ihr? Hier, guck mal aufhören, mich so hart abzufacken, sonst müde ich mich gleich und tu so, als wenn ich eine Posse wäre. Ich weiß ja nie, wer das sonst noch macht. Ja, also echt so, Alter. Brumm, 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 brumm. Ich bin weg.